Wir sind nicht nur Nachbarn Lokalderby, sondern auch Tabellennachbarn und deshalb mal meine Frage an die Igel zum heutigen Spiel. In der letzten Saison war ja ganz klar, wer in Schleswig-Holstein die bessere Mannschaft ist. Das waren die Igels. Jetzt sind wir wieder in einer Liga und ich glaube, das wird ganz ausgeglichen. Beide Teams neu besetzt, ganz viele junge Spieler dabei und ich glaube, die Chancen für uns sind heute ein bisschen höher, weil euer Fanclub nicht so gut organisiert ist. Wir sind hier eben nicht dabei. Hüsin, die herzlichsten Genesungswünsche schicken wir an ihn und wir hoffen, dass sein Ausfall heute Glück für uns bedeutet. Heute Lokalderby gegen Hüsin, was erwartest du da so? Das wird wie immer ein sehr enges Spiel bestimmt werden und viel Spannung erwarte ich mir. Ich glaube auch dramatisch, die Halle ist voll. Ein wichtiger Spieler fehlt heute, was kannst du dazu sagen? Ja, das habe ich auch schon gehört. Das ist natürlich ein großer Schock. Ich hoffe, dass wir das irgendwie kompensieren können, aber ich hoffe aufs Beste. Und da sagen wir, gute Besserung an Hüsin. Frage, was erwartest du heute von diesem geilen Lokalderby? Ja, also ich hoffe natürlich, dass wir gewinnen und ja, wir sind alle voller Vorfreude und natürlich wie immer mit den Jalleristas hoffen wir auf die beste Stimmung in der Halle. Frage, was erwartest du heute? Frage, was erwartest du heute? Frage, was erwartest du heute? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020